Trotz Rücktritten, Thomas Müller und Toni Kroos noch einmal für den DFB? Zu dem schweren Unfall, der sich heute Morgen ereignete, gab selbige Polizei eine Rückmeldung ab. Thomas Müller war in diesem Auto. Zwei Männer und eine Frau starben in dem Auto. Obwohl er in das Notkrankenhaus gebracht wurde, waren der die das seinige Verletzungen so schwer, dass er verstarb. Wie schade für ihn. Präsentieren sich Thomas Müller und Toni Kroos doch noch mal den Fans der Nationalmannschaft? Beim Deutscher Fußballbund soll es welches Überlegung geben, Thomas Müller und Toni Kroos mit einem Abschiedsspiel zu ehren. Die Entscheidungsträger des Verbandes möchten selbige beiden Gewinner der Weltmeisterschaft von 2014 laut dem TV-Zeichengeber nach Maß vor ihren Anhängern verabschieden. Allerdings seien selbige Pläne noch atomar früh im Stadion und andere Gespräche müssten geführt werden. Müller verabschiedet sich hinter vielen unvergesslichen Momenten. Thomas Müller hat hinter dem Viertelfinal ausnebst der Europameisterschaft gegen Spanien dasjenige Schluss seiner Nationalmannschaftskarriere weithin bekannt gegeben. Nach 131 Länderspielen und 45 Toren sage ich dem Bundesadler heute Servus, so der 34 Jahre alte Offensivspieler in seiner Abschiedsrede. Als ich vor jenseits 14 Jahren mein erstes Länderspiel in der deutschen Nationalmannschaft vollziehen dürfte, hätte ich mir all dasjenige nicht erträumen lassen. Manchmal in dem Grund und Land zerstört, weil diesfalls aufs Neue aufzustehen. Großartige Siege und bittere Niederlagen. Im Wettkampf gegen selbige besten Spieler der Welt, nebenher von fantastischen Mitspielern, mit denen ich viele unvergessliche Momente erlebt habe. Müller blickte zurück und sagte, ich durfte den WM-Becherglas in selbige Luft ausdehnen und eure Geneigtheit auf dem Sportplatz spüren. Es hat mich immer sehr stolz gemacht, für meinen Boden aufzulaufen. Wir haben alle zusammen gefeiert und manchmal wenn schon alle zusammen eine Träne verdrückt. Er bedankte sich nebst allen Fans und Teammitgliedern der Nationalmannschaft für selbige Fördermittel in den vergangenen Jahren.